Guten Morgen, meine Damen und Herren. Eine weitere Ausgabe des Videotickers vom Frankfurter Börsenbrief. Ich darf Sie begrüßen heute zur Wochenmitte am Mittwoch, dem 30. März. Der gestrige Tagesverlauf im DAX ist wieder mal typisch für die aktuelle Markt-Tendenz. Die Eröffnung war ja etwas positiver, aber den größten Teil des Handelstages hat sich der DAX doch in negativem Terrain aufgehalten. Dann gab es kurz vor Ende eine recht deutliche Erholung, die fast bis zur Nulllinie im Schlusskurs führte. Bezogen auf den Schlusskurs hatten wir ein kleines Minus von 0,06%. Das heißt, die Tagesveränderungsrate fällt nicht ins Gewicht. Der Eurostoxx 50 mit einem ähnlichen Verlauf. Hier gab es allerdings ein kleines Plus mit 0,13%. In den USA war da schon etwas klarere Stärke angesagt. Der S&P 500-Index legt um 0,71% zu und beim Dow Jones gab es sogar ein neues Fünf-Wochen-Hoch. Aber auch gestern waren die Umsätze eher dünn. Insofern ist die Aussagekraft des gestrigen Börsentages nicht sehr groß. Was macht Tokio heute, außer in den Schlagzeilen bleiben? Denn Nikkei kann es zulegen, heute um 2,64%. Das ist ein durchaus positives Signal natürlich. Schauen wir etwas auf Europa. Hier gab es Herabstufungen durch Standard & Poor's. Griechenland wurde heruntergestuft, gleich um zwei Stufen sogar am Rating auf BB-. Das macht es den Griechen natürlich nicht leichter, hier künftig mit der Verschuldung umzugehen. Aber von der Sache her und angesichts der grundsätzlichen Situation in Griechenland macht diese Herabstufung meines Erachtens schon Sinn. Portugal wurde auch heruntergestuft. Hier ging es von BBB auf BBB- und der Ausblick bleibt negativ. Kommen wir zu Deutschland. Hier wurde berichtet über die Inflation im März. Die Teuerung lag im März bei 2,2%. Das heißt etwas oberhalb des magischen Wertes von 2%. GfK Konsumklima hier in Deutschland. Beim Gesamtindikator gab es eine ganz minimale Eintrübung von 6,0 auf 5,9 Punkte. Das heißt, die Stimmung hält sich insgesamt noch auf einem relativ hohen Niveau. Allerdings dürfte hier das Japan-Beben noch nicht großflächig enthalten sein. Das heißt, hier könnte es vielleicht ein bisschen Anpassungen gegeben haben im Nachhinein durch das Japan-Beben. Schwächer waren zum Beispiel die Anschaffungsneigungen und die Einkommenserwartungen. Kommen wir zu einigen Aktien bzw. Unternehmen. Fangen mit Commerzbank an. Gestern die schwächste Aktie im DAX mit 4,27% Kursabschlag. Dabei zeigte man sich sogar zuversichtlich für den operativen Gewinn. Der soll in 2011 nämlich signifikant steigen. Und Cheflenker Blessing möchte schon in diesem Jahr einen erheblichen Teil der Staatshilfe zurückzahlen. Das ist ja generell nicht so schlecht. Kann aber auch bedeuten, dass man das verbindet mit einer Eigenkapitalerhöhung. Das heißt, Altaktionäre könnten dann verwässert werden. Und wenn der Kurs auf dem niedrigen Niveau wie jetzt verharrt, dann könnte es sogar einen recht massiven Verwässerungseffekt geben, der bei den Altaktionären natürlich nicht sehr positiv ankommen dürfte. Meines Erachtens muss man die Aktie nicht unbedingt im Depot haben. MAN, nächste Aktie, heute recht freundlich. Vorhin mit 1,97% Kursgewinn. JP Morgan erhöht die Bewertung oder das realistische Wertniveau von 110 auf 117 Euro. Zu der nächsten Aktie habe ich heute Morgen schon ein Update auf unserer Seite eingestellt. Es ist SMA Solar. Schauen Sie bitte ergänzend zu diesem Ticker auf unsere Website in die Updates hinein. Diese Aktie hatten wir ja schon empfohlen. In jüngerer Zeit gab es hier auch einen netten Anstieg. Bleiben wir in der Solarbranche im erweiterten Sinne, kommen zu Rot und Rau. Hier gibt es eine unschöne Terminverschiebung. Die Bilanzpressekonferenz war ja angesetzt für den 31.03. nach meinem Kenntnisstand. Auch der Geschäftsbericht sollte zum gleichen Termin kommen. Nun soll es aber erst der 8.04. werden. Und eine solche Terminverschiebung ist ja häufig ein eher unerfreuliches Signal. Irgendwas ist da wohl in Gange. Man weiß natürlich am Anfang erstmal nicht genau, was es ist. Ob es nur eine Verzögerung ist oder ob da irgendwas Größeres mit verbunden ist. Irgendein Abschreibungsbedarf oder ähnliches. Jedenfalls zunächst ergibt sich hier für diese Aktie eine gewisse Unsicherheit. Und insofern ist auch die Schwäche heute nicht ganz verwunderlich. Letzte Aktie, die wir kurz anleuchten wollen, bzw. das letzte Unternehmen, ist Süß Mikrotec. Man zeigte sich zuversichtlich, der Umsatz in 2011 soll auf über 170 Millionen Euro steigen. Das würde sich vergleichen mit 139 Millionen Euro Umsatz im letzten Jahr. Dabei möchte man die EBIT-Marge, also die operative Marge, sogar noch verbessern über den Vorjahreswert von 10,3%. Damit sind wir beim Terminkalender, meine Damen und Herren. Für heute war angesetzt die IFO-Kreditumfrage im März, Bezug auf Deutschland. Ferner Euroland-Wirtschaftsstimmung im März und Geschäftsklimaindex im März. Dann USA um 13 Uhr unserer Zeit die MBA-Hypothekenanträge für die Woche. 14.15 Uhr unserer Zeit der ADP-Arbeitsmarktbericht im März. Das könnte schon eine Meldung sein, die auch eine gewisse Marktwirkung entfalten dürfte. Denn der Arbeitsmarkt in den USA ist ja doch eine Achillesferse, ein Marktsektor oder Marktbereich, der eben sehr, sehr relevant ist für den Konsum, aber auch für die Zinspolitik der amerikanischen Notenbanken. Insofern also hier 14.15 Uhr, eine Zeit, die man sich vielleicht mal vormerken kann. 16.30 Uhr unserer Zeit dann der wöchentliche EIA-Ölmarktbericht. Abschließend zur Strategie. Viel Neues ist hier meines Erachtens nicht zu sagen. Der erste Schub im DAX ist weitgehend gelaufen. Das bedeutet nicht, dass wir kein Potenzial mehr haben, aber der Charakter des Marktes ändert sich zunächst ein wenig. Und das bisherige Tempo wird sich so nicht fortsetzen lassen. Das ist auch vernünftig, macht Sinn so. Lieber ein Anstieg mit zwischenzeitlichen Rücksetzern als ein Hals über Kopf nach vorne stürmen und entsprechend nachher dann auch ein großes Korrekturpotenzial im Markt. Also besser hier ein Anstieg mit Ruhe und Bedacht. Und dazu gehören eben auch Ruhepausen, kleine Rücksetzer und dergleichen. Das ist das aktuelle Marktumfeld in meinen Augen. Das gehen Sie selektiv vor. Hier verweise ich nochmal auf den Frankfurter Börsenbrief mit den Chancen, die wir Ihnen dort aufführen, dieser Woche wieder. Schauen Sie dort bitte unbedingt ergänzend zu diesem Ticker hinein. Und das war es für heute. Ich wünsche Ihnen einen sehr guten Börsentag. Ihr Walter Thessen. Ich wünsche Ihnen einen sehr guten Börsentag.